herzlich willkommen bei mir dem toto aka torsten beim klaren tool warriors und dem spiel clash of clans wie gestern schon versprochen hier der zweite teil zumindest fange ich jetzt schon mal an mit den angriffen der ck ist noch nicht vorbei und ich muss sagen wir tun uns hier schwer wir tun uns sehr sehr schwer der gegner hat relativ gut angegriffen hat jetzt allerdings auch wirklich schon alle angriffe gemacht ich denke mal er hat sehen hier unten das opfer wird noch seinen zweiten angriff auf unseren letzten verbleibenden neuner machen denn ich denke mal mehr sterne werden sie nicht mehr holen das ist die base von eisman und dementsprechend würde ich aber einfach mal reinschauen was ich zumindest auf unserer seite getan hat es gibt noch etliche sterne zu holen es sind auch noch drei stunden sechs minuten ich weiß gar nicht warum wir uns auf solche bases hier so schwer tun die sind tatsächlich von der def her max def oder ja sie haben den max def haben halt sind halt mauermuffel mehr kann man nicht sagen also es sind keine schlechten bases aber durchaus mit der richtigen taktik machbar bisher hat man nicht die richtige taktik und dementsprechend sind die sind die bases hier aufgeblieben wir gucken trotzdem mal in den einen anderen drei stern rein zweiter angriff auf diese base hier von patrick also 24 auf 27 und er fandet hier mit baby drachen relativ gut rein die pecker und die bowler gehen sauber in die mitte rein und der gegner hat ja hat eigentlich gute planbuch truppen da denke ich mal werden wir unter umständen unsere befüllung mal wieder ein bisschen ändern die lakaien in masse nerven doch schon derbe muss man so sagen wer bei uns dann noch fußtruppen drin hat der ist muss ich fast sagen selber schuld ich meine fußtruppen sind sicherlich dann gut wenn tatsächlich auch von erde angegriffen wird das heißt also irgendwie walküren mit in kombi mit ballons oder so aber die lakaien in masse vor allem bei h10 ist das ein ballon und ich glaube 15 lakaien die da reinpassen die sind schon äußerst nervig und die kriegt man dann auch gar nicht mal so schnell vergiftet wenn die max sind also ist das doch schon eher schwer ich versuche euch ja hier drei sterne zu zeigen so viele haben wir bis zu diesem zeitpunkt noch nicht das werden noch mehr keine frage aber erster angriff hier von eisman 22 auf 22 und er kommt hier mit einer ganz normalen kombi rein mit boland in seiner klaren burg kommt relativ gut in die base rechts unten jetzt ja da frisst sich der king jetzt endlich durch die mauer durch der gegner hat gute bases aber eigentlich schwache helden und dementsprechend tut man sich auch manchmal schwer solche bases zu drei stern zumal die tatsächlich dann gut mit ihren truppen angreifen haben wir ja gestern schon gesehen dass die vor allem die neuner die es hier gut drauf haben gar keine frage unsere neuner auch aber es haben auch noch längst nicht alle angegriffen und wir haben auch schon im hohen bereich drei sterne geholt bei den er neunern das ist der alex hier der alex geht hier mit einem klassischen gola loon rein das heißt also golems rein fandet hier relativ gut kommt jetzt auch ganz gut in die base und schafft zumindest die zwei last hier sich vorgenommen hat mit den boland und kommt dann von oben entgegen des fegers mit hunden rein zwei stück hat er an bord das reicht eigentlich für noch 22 last setzt relativ früh die eil zauber damit die loons zügig durch die base durchgehen denn da hat doch am ende noch relativ viel gelebt und der hund hier unten tankt aber sehr sehr gut alles was ein bisschen schade ist er bleibt halt nicht mehr auf aber er hat noch genug loons in der base und die jetzt fürs clean up sorgen so war das hier ein schöner hoher drei stern auf die nummer 20 wenn ihr euch erinnern könnt die nummer 20 hat gestern auch den alex 3 stern also passt das vom verhältnis her eins zu eins und wir gehen mal ein bisschen höher und gucken mal was wir da noch gerissen haben hier ist ein angriff von zwischen ist auch schon der zweite angriff auf die 19 also 13 auf 19 das ist eine wie nennt man es neuneinhalb base engineering base ohne inferno türme und entscheidet sich also erstmal für ein green work ich war ein bisschen erschrocken als ich den angriff live gesehen habe gucken ob ich noch ein bisschen mehr rein scrollen kann so müsste es eigentlich passen und fernlte aber eigentlich beziehungsweise wollte vermutlich nur mit der queen die klanburg truppen raus locken weil er dann komplett von der anderen seite da wie gesagt da war ich ein bisschen erschrocken komplett von der anderen seite reinkam links haben wir gerade gesehen ploppt jetzt ein tesla auf der ist dann am ende nicht so tragisch aber ich habe erst gedacht wenn das mal ein dreier wird aber die engineering bases sind in der regel opfer im klang kriegen und so auch hier das heißt in der regel muss man sich wenn man so eine base spielt sich immer darauf einstellen egal ob man zehneinhalb spielt neuneinhalb muss man sich immer darauf einstellen dass man auch wenn man ein guter angreifer ist seine base leider nicht verteidigt und immer drei sterne kassiert wie auch immer und das waren jetzt hier auf die 19 schöne drei sterne der gegner hat uns etwas höher bisher drei sterne und deswegen muss bei uns noch so ein bisschen was kommen aber ich gebe das ganze nie auf okay da versucht der neuner noch mal gucken ob er noch einen zweiten stern auf die base von hitman kriegt ich glaube nicht und wir gehen hier ein bisschen höher avatar leider 17 auf 17 er hat 9 auf sonst starkes er 10 ich hatte schon gesagt ist schwierig waren jetzt 49 prozent war also noch nicht mal am rathaus dran also es wären allerhöchsten 50 geworden ist eine aussichtslose sache aber wir haben noch ein drei sterne hier oben im bereich von hitman auf die nummer 9 das heißt vier auf neun erheilfe r10 so muss es eigentlich laufen die elfer müssen einfach bei uns die 10er drei sterne das ist einfach so auch wenn starke 10er sind und das ist eine max out 10er base mit auch relativ starken helden und für ein rathaus 11 finde ich ist das in dem fall gerade diese ring base hier muss das drei sterne sein zumal hitman auch schon sehr starke helden hatten zwölfer worden dahinter und der rest ist auch max an truppen er hat das hier auch wirklich gut gemacht der funnel einwandfrei für diese ring base hier und wir sehen auch gleich die valkyren die gehen wie an der linie gezogen hier zum rathaus hüpfen dann auch schön wieder raus das war eigentlich das gute an diesem kampf dass sie sich nicht weiter dann richtung inferno bewegt haben sondern genau andersrum gehen wie die truppen oben gehen und das war eigentlich das gute an diesem angriff hier so wurde von beiden seiten hier gut abgeräumt und am ende waren das hier gute und starke drei sterne auf die nummer 9 so muss es laufen und so muss das auch weitergehen optimalerweise ist natürlich wenn man im ersten angriff so einen guten angriff hinlegt und im zweiten dann vielleicht noch ein rh11 auf gute zwei sterne macht oder aber ein 10er auf zwei sterne macht und die elfer weiter hin auf die 10er dreier machen können das ist so ein bisschen der optimalfall im restlichen oberen bereich haben wir jetzt noch nicht so viele sterne gelassen wir haben ja auch noch viele angriffe über 73 sehe ich gerade auf gegnerseite hitman hat immer noch seinen zweiten stern nicht kassiert und ich denke mal das wird er auch nicht mehr der zehnte ich kann es mir nicht vorstellen dass er zwei sterne auf die hitman base erholt und der rest schafft es eh nicht also bleibt eigentlich nur noch der eine stern für den gegner 74 werden sie machen 75 müssen wir also minimum gewinnen denn der gegner hat auch schon hohe prozente aber nichtsdestotrotz muss hier oben einfach mehr kommen wir dürfen hier keine angriffe verbaseln hier oben auch wenn avatar jetzt verbaselt hat ist das nicht ganz so kritisch was bei uns ein bisschen kritisch schon war ist dass der dreier hier der walkern lupenrein drei stern reingehauen hat hier oben hat ein bisschen federn gelassen der gegner das heißt also hier sind noch zwei sterne offen und hat aber den rest auch gute zwei sterne von unseren zehner ist im moment noch keiner gedreist werden worden ist natürlich auch nicht schlecht aber doch viel für aber viel für ist auch mal gerade so ein anfangszene der rest ist gute drei stellen worden deswegen müssen wir minimum bis 16 15 14 beim gegner alles auf drei sterne kriegen sonst werden wir diesen ck hier nicht gewinnen das ganze denke ich mal dauert ja noch ein paar stunden und ich muss noch mal reingucken wir haben ja noch etliche angriffe offen das heißt 22 stück an der zahl das heißt relativ viele rh9 haben noch ihre angriffe offen das heißt die r9 werden in jedem fall fallen wichtig ist dass hier oben in dem bereich von rh11 noch mindestens ein zwei dörfer rh10 fallen das wäre jetzt so optimalfall und das gucke ich mir aber nachher an und das wird dann vermutlich dann auch nach dem ck sein vielleicht komme ich auch rein während des ck das sehe ich dann und für diesen ersten abschnitt erstmal tschau bis später herzlich willkommen da bin ich wieder zurück zweiter abschnitt der ck ist beendet und wir haben ihn leider knapp verloren knapp verloren ja kann nichts machen taktisch gesehen war der ck gut von uns muss ich sagen die absprachen haben richtig gut geklappt hier im clan und auch unsere angriffe waren in ordnung also die ist das 73 74 war letztendlich am ende ein bisschen pech hätten wir vielleicht noch etwas taktischer etwas früher taktischer reagiert dann wäre das unter umständen ein sieg gewesen aber so war es jetzt leider kein sieg es war eine niederlage nicht deutlich was wir waren aber wir suchen mal wieder hier sieht man es ja nach ausreden nach ausreden bringt alles nichts der gegner war uns etwas überlegen was die r10 angeht und die r11 angeht obwohl die elfer jetzt wirklich nicht so gut waren zumindest die unteren waren eher schlecht aber die r10 haben uns dann das leben doch schwer gemacht und die bases waren gut vom gegner also ist ja auch knackig also es ist auch doof wenn man wenn zu leicht ist es muss schon ein bisschen herausforderung sein aber dennoch hätten wir hier den ein oder anderen noch machen müssen wir haben ja eine neuner base nicht geschafft ich meine da sind 98 98 97 92 prozent drauf gewesen das war dann schon eher sehr sehr unglücklich aber da eben auch noch mal 98 prozent auf die base also da kann man dann das ist dann einfach pech ja wenn man hier nach fünfer queen entgegen steht und achter könig mit so einer max aus base die man sicherlich gut aus der luft machen kann dann ist das einfach nur pech kann man nicht anders sagen am ende aber nichtsdestotrotz wir gucken uns noch ein paar schöne drei stern angriff waren ich muss so ein bisschen überlegen die 26 ich habe den ganzen tag gepredigt macht die 26 aus der luft ja hier unten ist eine luci queen mit mit zum was hat die an level level 7 ja und lockt die clan booktruppen ordentlich macht die clan booktruppen einfach mit der queen weg und überfliegt dieses ding hier keiner wollte hören alle machen sie hier so ein go vibe oder go hawk oder noch ein go hawk oder so ein gruppen mix keine ahnung es ist jetzt nicht so dass ich damit jetzt angeben möchte aber so eine base hier die eigentlich genau dafür geschaffen ist genauso gemacht zu werden die chance sollte man doch ergreifen queen draußen ich meine die queen macht der donnerbengel jetzt gleich mal ganz easy peasy mit mit seinem king und dann ist diese base hier auch ganz ganz schnell geschichte also einfacher geht es fast nicht zumindest nicht mit zweier hunden sechser loons und ordentlichen queen ich meine die queen braucht nicht mal 20 sein da reicht eine 15er oder eine 10er queen um hier die cb zu machen aber ich hatte das gefühl nachdem die ersten cbs beim gegner raus waren dass einige leute einfach schiss hatten vor der cb ja wie lock ich die oder wie kriege ich die kaputt und das fand ich an an der stelle eigentlich so schade dass wir dann irgendwie aufstocken und irgendwie schiss voll plötzlich schiss vor sieben lakaien haben es mir ein rätsel ich meine klar wir haben jetzt gesehen und sicherlich wird sich unser bürgen bestand dementsprechend hoffentlich ändern dass da keiner mehr irgendwelche truppen mit rein nimmt man muss ganz klar sagen die truppen kombi ist in ordnung sondern ganz langsam fliegender loon und nur lag ist da rein oder baby drachen und lag ist das sind in jedem fall clan booktruppen die greifen einfach alles an boden und luft und das ist es so ein mix ist sicherlich gut oder war mal gut wenn man weiß dass der gegner mit wahlküren ankam es gab ja mal eine zeit da wurde stark mit wahlküren angegriffen und es gab ja auch eine zeit da wurde stark mit packers angegriffen aber wenn ich wenn ich sowas weiß ja dann kann ich sicherlich die burgen auch so bestücken dass da wahlküren irgendeine queen aufhalten oder was auch immer aber ich denke mal in diesen cks ist einfach notwendig dass man clan booktruppen hat die luft und boden angreifen und das sind nun mal drachen baby drachen lakaien und deswegen gehören die einfach in die clan burgen so einen hund kann man auch machen ich sage ja immer wieder so einen kleinen neuner und reinpacken ist sicherlich nicht schlecht dass wenn man das natürlich einmal weiß wenn der gegner weiß oder hatten und in der cb dann wird er mit luft kommen tot sicher weil dann kommt ja und nicht raus stört einen gar nicht erst und dementsprechend ist es einfach besser finde ich dass man irgendwelche flugte drin hat auch jetzt läuft schon der neue die neue suche dann muss ich einmal hier reingucken natürlich der verkehrte schalter da muss ich hier reinschauen und ich war gerade beim gegner ich muss eben mal den faden wiederfinden so gucken wir mal das war gerade die 23 die 21 ja die war so knapp dann hat man dann hat man einfach pech ich muss noch mal gucken ob wir den schon hatten den zwischen den hatten wir schon glaube ich in der ersten folge dann schauen wir mal was hier oben unsere leute gemacht haben ich glaube die 13 war auch nicht schlecht der sir amelott ich betone das immer extra ich mag den namen einfach hat hier ich habe es ja schon mal in der ersten folge gesagt hat queen walk geübt hat bowler taktiken geübt hat so nix geübt und ich habe den angriff noch nicht gesehen muss ich sagen habe aber im chat mitbekommen dass der angriff gut war und ich habe auch gesehen dass der angriff auf drei sterne dann lag und genau das sind so die sachen die bauen uns aber auf also dass das sind so die angriffe die machen dann natürlich machen die spaß ein drei sterne angriff macht immer spaß keine frage aber es soll auf jeden fall motivierend für alle anderen wirken und dann wird das auch wieder was mit uns ich meine das war jetzt unser erster ck wo wir mit unseren fusionsleuten oder eigentlich mit unseren partner klaren leuten da muss man es ja auch sagen wirklich einen schönen ck gemacht haben und da wir hier kein verloren haben alle waren gut drauf die ganze zeit über haben hier geübt haben gespendet haben gelabert das ist richtig schönes klaren leben muss man sagen das macht wieder richtig bock 50er clan ihr braucht euch nicht zu bewerben zur zeit wir sind voll und ich denke mal dass das bleibt auch eine zeit lang so und das finde ich richtig klasse also dass ich habe den chat so tagsüber gut verfolgen können und habe mich echt gefreut dass hier richtig gut mitgearbeitet wurde bis zur letzten minute und deswegen hat das gibt nicht nur mehr hoffnung gibt sicherlich auch anderen hoffnungen und dann werden wir wir werden wieder erfolgreich sein gar keine frage aber man muss auch ganz klar sagen ich glaube ich hatte das letzte woche mal kurz im chat erwähnt dass je weiter wir zu level 12 gehen mit dem clan desto unbequemer natürlich unbequemer schwieriger werden die gegner also wir werden kaum noch auf gegner treffen die irgendwelche scheiß basis haben oder low basis haben sondern wir werden eher auf engineering basis treffen wir werden auf solche starken gegner hier treffen die dann auch gute angriffe machen gute dörfer vor allen dingen haben jetzt sagt machst du natürlich naja was ist das dorf hier denn gut ja ist natürlich je nachdem wenn man die taktiken drauf hat gerade solche ring basis hier als er elf also er 10 auf er 11 dann umso besser richtig gut optimalerweise schaffen alle er 9 hier ihre er 9 und so dass zehner gar nicht erst eingreifen müssen in das neuner geschäft sondern können sich auf prozente viele sterne bei er hat zehn einschießen vielleicht gibt es auch er hat zehn hohe er 10 hier bei uns jetzt demnächst die auch man er elf auf zwei sterne schaffen so dass unsere r h 11 sowie jetzt gerade gesehen auch er hat zehner im unteren bereich also oder noch im relativ hohen bereich schaffen ich wollte den von ollie zeigen schuldigung ist mal wieder ein drachenangriff riesengroße base ich muss sagen die hat mir gut gefallen die base und man braucht schon egal eigentlich mit welchen truppen man hier kommt richtig lange um diese base zu machen da hat auch keiner ein richtiges rezept für gefunden ollie hat sich damit hat sich dann für drachen entschieden ich meine er ist auch richtig weit gekommen aber da sieht man es wieder die lakaien die ganz schön abgenervt aber ist auch gut so und ich denke mal zum nächsten wochenende wir haben jetzt wieder in ck gestartet 25er sogar ist auch genau das ist auch eigentlich das was wir immer machen in der woche 25er für die leute die zeit haben und beide helden haben oder vielleicht nur ein held haben und aushelfen können und am wochenende starten wir sicherlich wieder größeren ich denke ich hoffe dass es mal ein 40er wird jetzt mit den vielen neuen guten leuten die gut zu passen finde ich das gefüge passt kann man nicht anders sagen und so waren die angriffe hier wirklich stark ich weiß gar nicht mehr den habe ich noch nicht gezeigt von nico und so nico und so war glaube ich ach nee 8 auf 8 das muss ich noch mal ganz rückspulen entschuldigung den habe ich schon gehabt da haben wir einen blackhawk down haben wir dazu gesagt und master hatte heute kann man auch so sagen losglück mit seinen gegnern und seinen bases aber was ist auch ein starker angreifer geworden muss man sagen ist natürlich hoch motiviert durch seine helden und muss jetzt noch ein level den king machen und geht dann sicherlich so ein bisschen auf seine persönliche pokaljagd ich habe jetzt seine base nicht so im blick was da noch alles zu machen ist und was noch zu forschen ist an truppen aber das ist schon richtig krass was hier geboten wurde ich meine der sechser ist ein rh11 hat eine nette base ich sehe max tesla ich kann das jetzt gar nicht so schnell überblicken ich sehe max max inferno türme voll ausgebaute x bogen und trotzdem geht er hier ich will jetzt nicht sagen wie butter durch diese base aber die hat er schon richtig krass gemacht da hinten sehen wir die hexe des todes sehe ich gerade am rathaus das natürlich auch mal schön anzusehen ich scroll da mal ein bisschen rein die hexe ist ja der hammer ja die haben ja auch etwas mehr power gekriegt die hexen jetzt in ihrem schaden und guckt euch die queen an voll voll da konnten kann er gleich mit weiterfahren und jetzt kommen noch ein paar valküren also das war schon ein richtig krasser angegriffen sauer der ck war super wie schon gesagt es hat spaß gemacht das hat dann vielleicht in einem anderen stern hier oben gefehlt ja wenn hier also elfer ganz locker zwei sterne holen auf die hohen hier die hohen haben wir ja geschafft norman hat beide 1er und 2er gut gemacht super ersten angriffe auf 3er dann lässt das auf jeden fall hoffen beim gegner allerdings der gegner so wie ich es gesagt hatte in der ersten folge hat noch nur noch eismann geschafft mit seinem rh10 mit dem 30er und das ist dann gewesen also ich hatte schon gesagt 74 schaffen die 75 müssen wir packen haben wir nicht gepackt ist jetzt nicht so tragisch das holen wir nach und ok der ck der neue läuft der neue ck ist schon da kann ich gleich reingehen bleiben wir noch ein paar minuten hier und machen einen kurzen erstvergleich ich gucke mal auf unserer seite 5 rh11 1 2 3 4 5 6 rh10 wir gucken auf der anderen seite 1 2 3 4 5 rh11 6 rh11 7 rh11 dann gucke ich mir mal den letzten und den vorletzten an ok das ist einer ohne adler und der hier hat ein adler auf level 1 ist also mal gerade so hätte ich mal gesagt 11 der ist noch nicht so lange in der tat da unten sehe ich den x bogen ok das ist machbar für unsere elfer dann haben wir mal eben schauen was hatte ich gesagt wir haben 12345 15 er der gegner hat 1 oder auch 15 allerdings bis zur 12 runter das heißt hätte hat einen mal gucken ob es ein 10er ist oder ob es neun halber ist hatten neun halber vor sich ist auch gerade so zehn hat noch keinen dritten x bogen kein inferno aber hat kurz mal die mauern hier nachgemacht und das ist machbar auch für hater hater helden sind jetzt nicht so hoch mit zehn und elf ist das in russia kann man nicht anders sagen und nicht oben hexe nicht oben ok es ist halt ein 10er mit 203 angriffen sicherlich auch nicht der beste 10er und er war auch schon nicht der beste neuner also das lässt auf jeden fall hoffen ich bin nur mit einem char dabei nämlich dem dauer ck spieler barfuß barfuß ist 23 wir haben unten 3 8 da was klein das haben wir moment noch nicht passt 3 8 da ja es sieht gut aus das sieht gut aus und die base ist ich wage mir immer so ein kleines vorurteil zu schaffen die base ist schlapp er hat zwar ein 10er king truppen mäßig hat er 3er drachen ok das heißt er wird drachen angriffe machen vielleicht lässt sich barfuß ja auch mal was einfallen aber 5er la 6er la 6er la und ich habe im letzten video irgendeiner hat es mal ein chat geschrieben da sind sie wieder unsere kanönchen ja der flächenschaden ist auch noch nicht hoch level 4 level 5 und hier war noch level 5 der ist also noch nicht so lange rathaus 8 denke ich mal hat aber schon den kinn hochgezogen das finde ich auch nicht schlecht aber auch kein golem und die hocks nicht oben also der wird in jedem fall nur mit drachen angreifen können mit 95 stern auch noch nicht der geübteste hat aber vielleicht erst spät angefangen sieht gut aus dass das was hoffen wir gucken mal auf die serie unseres gegners ok ein nuller wir natürlich auch null ok aber auch ein voller clan aus der türkei wunderbar spielen wir gerne gegen gegen die türkischen clans hat einfach den hintergrund die sind auf einer zeitzone da kann man sich richtig schön ein pendeln und was die angriffe angeht ja saubere sache im laufe des tages muss ich sagen habe ich überhaupt nichts gemacht habe vielleicht ein oder zwei farmangriffe hingelegt echt nicht viel aber auch nicht viel verloren aber auch nicht viel gewonnen im moment mache ich primär natürlich gold und elix für mauern bzw weitere sachen in der base habe aber ganz gut auch dunkles nachgeholt ich bin zuversichtlich dass mein king hier nach gleich weiter geht auf 32 und habe wie im letzten video angestoßen die letzte kanone hier ist und schaffe heute leider nicht mehr den letzten bogenschützen turm anzuwerfen das wäre jetzt erst mal der letzte für die erste runde schaffe ich nicht 1,1 millionen gold das ist ein bisschen wenig und 43 minuten läuft er aus in drei stunden sogar die nächste kanone also jetzt ist eigentlich schon so die zeit gekommen wo man es nicht mehr wirklich schafft alles immer zeitnah nachzufahren das ist es ist ja auch ein zeitfaktor und ich kommentiere hier mit diskutieren mit spenden hier mit kämpfe mit und deswegen ist das auch für mich nicht ganz einfach hier ein bisschen nachzukommen aber ich denke mal das wird schon was mich auf jeden fall freut ist wirklich full house hier dann kommt keiner rein keiner keiner kommt raus kann man natürlich nicht sagen aber super sache super leute im clan ich freue mich und ich habe das auch in unserer admin gruppe hier mitbekommen im whatsapp auch da freuen sich eigentlich alle und sind wirklich guter dinge alle arbeiten hier gut mit wir kennen uns natürlich auch schon und kennen ja auch die leute aus unserem partner clan aber jetzt zusammen hier in diesem mix ist das richtig stark und wir gucken mal 9177 auf 9300 wir sind nah dran nah an er hat beziehungsweise an clan level zwölf mal sehen was dann geht und das ist sicherlich noch mal eine motivation spritze für alle und ich würde sagen wir sehen uns in dieser woche ganz sicher wieder mit folgen ob das dann ein bisschen zika sein wird oder ein bisschen dorf update oder vielleicht auch die events habe ich ja jetzt mal ganz vernachlässigt habe ich mal gar nichts zu gesagt ich meine ich habe das event hier gemacht mit den heiler ist natürlich top 40 queen 34 heiler dabei und ab geht's aber die anderen events habe ich irgendwie fallen lassen das hier habe ich überhaupt nicht gemacht hier diesen valentine's day hero boost für ein gem boosten ist zwar nett aber wenn man keine truppen dahinter hat nützt mir mein held onyx der nächste wird der rage spell event das wird sicherlich ganz nett da wird wieder viel aus der luft angegriffen weil genau da kann man den echt gut gebrauchen und mal sehen unter umständen mache ich da einfach ein völkchen von und dann sehen wir uns einfach in der nächsten folge wieder lasst mir einen daumen nach oben abonniert meinen kanal und bis dahin euer toto clasht und dann sehen wir uns einfach in der nächsten video